Die argentinische Fußballlegende Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Sprecher. Demnach starb er an einem Herzinfarkt. Anfang November hatte Maradona sich eine Gehirn-OP unterziehen müssen. Der frühere argentinische Fußballstar Diego Maradona ist tot. Er sei an einem Herzinfarkt gestorben, sagte sein Sprecher. Maradona wurde 60 Jahre alt. Er litt bereits seit längerem in gesundheitlichen Problemen. Vor wenigen Wochen hatte er sich eine Gehirn-OP unterziehen müssen. Maradona gilt als eine der besten Fußballspieler aller Zeiten. In seinem Heimatland Argentinien wird er als Nationalheld gefeiert. Die WM 1986 in Mexiko machte ihn zur Legende, insbesondere das irreguläre Tor beim Viertelfinalspiel gegen England. Danach sagte er vor laufenden Kameras, es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes. Am Ende wurde Argentinien Weltmeister, im Endspiel gegen Deutschland. Seine Fußballkarriere hatte er bei den Argentinos zu Uniers begonnen. 1982 wechselte er von den Boca du Uniers für eine Rekordablösesumme nach Europa zum FC Barcelona. Danach ging es weiter zum SSC Neapel, wieder für eine Rekordsumme. Mit der Mannschaft gewann er 1989 den UEFA-Pokalpunkt, aber Maradona ist nicht nur für seine Fußballpünste bekannt. Es gibt unzählige Anekdoten über ihn, wie er seine Gegenspieler reihenweise nahte, wie er mit einem Luftgewehr auf Journalisten schoss oder sogar eine Kirche nach ihm benannt wurde. Sein Name steht für ein Leben zwischen den extremen. 1991 wurde er zum ersten Mal weg ins Kokain-Konsums verhaftet. Nach einem Drogenentzug feierte er sein Comeback als Fernsehmoderator. Gast in seiner ersten Sendung, sein brasilianischer Fußballkollege Billy. Dieser reagierte bestürzt auf den Tod Maradonas. Er sei traurig, auf diesem Weg Freunde zu verlieren, sagte Billy. Aber bestimmt werden wir eines Tages zusammen im Himmel einige Bälle kicken. Später kehrte Maradona ins Fußballgeschäft zurück und wurde argentinischer Nationaltrainer. Doch auch mit Superstar Lionel Messi im Team konnte er nicht an die Erfolge als Spieler anknüpfen. Argentinien schied bei der WM 2010 gegen Deutschland aus. Vor zwei Jahren machte er in seiner Heimat Furore, als er Ambitionen auf das Amt des Vizepräsidenten äußerte. Damals erklärte Maradona, er spiele mit dem Gedanken, als Vizepräsidentschaftskandidat in den Wahlkampf 2019 zu ziehen, an der Seite von Christina Kirchner, die damals gerade wegen mutmaßlicher Korruption Probleme mit der Justiz hatte. Dazu kam es jedoch nicht.